Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storybill, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou und ich bin Drehbuchautor. In unserem Podcast geht es um alle Arten des Storytellings, vom Film über Serie, Videospiele, Themenparks, VR-Attraktionen und alles, wo eben eine Geschichtsstruktur genutzt wird. In der heutigen Episode geht es um das Thema Hologate und zwar die VR-Attraktion im Jump House in Bremen. Zu Gast sind Kjell und Loris, beides Verwandte. Also ich nenne sie meine Neffen, die sagen aber, dass ich ihr Großcousin bin oder sowas. Obwohl ich denke, ich bin ihr Onkel zweiten Grades. Und mit denen und Carolin unterhalten wir uns über die Erlebnisse bei Hologate. Viel Spaß dabei. Okay, fangen wir jetzt mal offiziell an. Genau. Wir haben uns alle vorgefunden, um über unser Erlebnis zu sprechen. Und wir heißt Garo, wir meistens, und zwei junge Gäste, die wir heute haben. Das ist der Kjell und der Loris. Tag. Tag. Ihr seid ja beides, ich sag mal so, jüngere Leute. Verwandtschaft, wenn man so breiter... Kostas, kannst du was anderes sagen? Jüngere Leute klingt echt so oldschool. Also es klingt echt, als wenn wir hier so zwei Tatterkreisen sind und die anderen beiden... Nee, Moment, Moment. Auch wenn wir gerade mal 30 Cent sind, das sind jüngere Leute. Na gut. Könnt ihr damit leben? Du kannst auch sagen, coole Kids. Das würden wir auch... Ja, Kids. Ihr seid doch keine Kids mehr. Nee, aber wenn man jetzt 20 ist, dann ist das schon wieder witzig. Deswegen... Wie alt seid ihr denn, damit wir so ein Gefühl haben, mit wem wir sprechen? Wir sind 16, ne? Und 19. Wir sind 16? Genau. Wir sind 16. Nein, ich bin 19. Jedenfalls waren wir zu viert letzte Woche beim Jump House hier in Bremen. Und zwar bei der Attraktion Hologate. Die haben ja im Inhouse eine eigene VR-Attraktion. Die Hologate, die mag aus Österreich. Und es ist ja wie... Ne, der Name sagt nichts, aber die VR-Attraktion ist eine virtuelle Reality, in der wir uns eben auch bewegen können. Das war ein... War das ein Quadrat? Oder was schätzt ihr? Ja. Eine quadratische Fläche, an denen wir zu viert eben mit unseren... Ich glaube, das waren HTC Vive VR-Headsets angebunden waren. Unsere Controller in der Hand hatten und eben auf unserem jeweiligen eigenen Quadrat dann agieren konnten. Soweit ich weiß, gibt es diese Attraktion vom Jump House in Bremen und in Leipzig. Und Jump House hat ja mehrere Filialen in Deutschland, aber in den beiden Städten haben sie das Hologate mit drin. Man darf das zu vier spielen, zu vier Personen spielen. Und deswegen konnten wir eben unsere anderen Tester, die vielleicht zuhören, nicht mitnehmen diesmal. Vielleicht nächstes Mal. Und das Mindestalter ist sechs Jahre. Das heißt, ihr jungen Leute durftet da schon rein. Ja, so gerade eben tatsächlich. Ich bin froh, dass ich dann meinen Geburtstag noch rechtzeitig hatte. Ja, genau. Aber okay, bei dir passt der auch so gerade eben. Du hattest oben nicht mehr sehr viel Luft, um an die ganzen Kabel ranzukommen. Ja, wobei das tatsächlich nicht wirklich eine Altersfrage ist, würde ich sagen. Nee. Eher ein Problem der Größe. Wollen wir da schon drauf eingehen? Das war ja durchaus so eine Sache, dass da aufgrund dieses Jump Houses außenrum die Headsets entsprechend oben angebunden waren. Weiß nicht, wollen wir das Thema schon angehen? Ja, klar. Das hat nicht mit dem Jump House zu tun. Ich glaube, die Kabel sind ja in dem Hologate-Ding so angebaut. Das hatte jetzt nichts mit dem Jump House an sich zu tun, sondern dieses Quadrat, in dem wir drin waren, ist die Form von Hologate überall. Ah, okay. Genau. Und über einem sind dann die Kabel des Headsets mit einem verbunden. Das heißt, es geht, was war das, zwei Meter hoch und du bist eben 2,20? Oder wie hoch bist du nochmal? Ja, so groß noch nicht, 2,7. Aber man, also es war tatsächlich, ich weiß nicht, wie ihr das hattet, aber es war für mich zumindest ein relativ lustiges Gefühl, wenn sich dann so ein Kabel mal, ich sag mal, ich hatte immer eine Schlange in dem Spiel irgendwie. Da hat sich dann ein Kabel um den Hals gewunden oder sonst irgendwas. Aber das ist, glaube ich, ein Struggle, den abgesehen von Leuten, die jetzt so groß sind wie mir, wie ich, werden wahrscheinlich nicht so viele sein in der Zuhörerschaft. Ja, wahrscheinlich nicht gehabt haben. Oder hattet ihr auch Probleme mit dem Kabel ab und zu? Nee. Ich glaube, wir drei hatten das Problem nicht. Und ich glaube, das ist, wie du sagtest, hat mit deiner Größe zu tun, genau. Wenn man sich da häufig nach rechts bewegt hat, dann hat sich das irgendwann verheddert. Also wenn man sich um sich gedreht hat, meinst du? Ja, ja. Auch bei dir. Du bist ja auch gerückt. Naja, wir sind ja alle nicht so ganz klein. Also ich bin jetzt nicht oben ans Kabel gekommen, aber ich finde schon, die könnten ein bisschen mehr Luft nach oben lassen. Also bei mir war es eher so ein Gefühl. Was ist, wenn ich mich jetzt bewege oder so? Ich meine, klar, man springt ja nicht bei den Spielen, zumindest die, die wir gespielt haben. Ich weiß nicht, ob das bei anderen mal anders ist. Aber ich fand es schon komisch, dass da nicht so viel Luft nach oben war. Aber ducken musste man sich ja auch manchmal. Ja, ja. In diesem, in diesem, in diesem, was war das? Bei dem? Groove Guardians hieß es, glaube ich. Beat Saber Ding. Groove Guardians, genau. Wir müssen erwähnen, wir haben drei Spiele ausprobiert. Das war eben Cold Clash. Das war, nee, ich lese erstmal die Titel vor. Cold Clash, Groove Guardians und Captain Cook. Das sind jeweils so fünfminütige Aktionen, die man auch temperieren kann. Das heißt, wir konnten das auch auf zehn eigentlich spielen. Fühlte sich natürlich kürzer an. Aber man kann die Zeit, glaube ich, von fünf, acht und zehn Minuten verlängern, glaube ich. Nee, nicht verlängern, sondern vorher einstellen. Genau, das vergrößern. Genau, das meine ich damit. Ja. Und wir hatten ja als erstes mit den Groove Guardians, glaube ich, angefangen. Und das ist so ein Beweglichkeitsspiel, ne? Mit Rhythmus und mit reißenden Songs. Einfach mit Tanzbewegungen und Boxbewegungen Objekte treffen. Genau, da fliegen dann immer so lustige, verschiedenfarbige Kugeln aufeinander zu, sodass man im Grunde, wenn man allein probiert, das Spiel zu spielen, schon anfängt irgendwie lustig rumzutanzen. Wobei da auch so ein bisschen, fand ich, gerade in dem Spiel war das mit dem Ducken. Ich habe das irgendwann gar nicht mehr gemacht, weil irgendwann wirklich das Kabel zu kurz war. Das war schon ganz lustig. Ich weiß nicht, wie war das für euch? Seid ihr da ordentlich mitgekommen? Ich habe ordentlich gegroovt, ja, das war ziemlich gut. Na gut, du spielst aber auch immer Beats selber, ne? Das ist natürlich so ähnlich. Es ist sehr ähnlich, genau, genau. Aber als man sich dann ducken musste, ne? Und dann zur Seite, da habe ich irgendwann Angst vor Mangel gekriegt über mein Kabel. Weil? Damit du was wegreißt, oder weswegen? Das Kabel ist ja nur auf so einer bestimmten Höhe angebracht worden, mit dem Headset. Und wenn man sich dann zu weit duckt, da hätte man sich ja fast das Headset abreißen können. Uh, okay. Ja, echt? So, das passiert hier nicht, ne? Aber... Also das habe ich gar nicht bemerkt, dass sie irgendwas gezogen hätte. Gut, ich glaube, dann können wir festhalten, wenn man in der Durchschnittsgröße drin ist, dürfte für euch ja ungefähr hinkommen, passt das alles wunderbar. Genau. Fast. Also Loris meinte ja, dass ihm Angst und Bange war. Hat er gesagt, hat er gesagt. Ja, ja. Vielleicht wird er noch ein Ticken größer als er, aber gut. Ne, ich bin ja sogar noch größer. Aber so lange war das Kabel, glaube ich, auch gar nicht. Ah, okay. Also du hast dich wahrscheinlich richtig schön gebückt, deswegen wahrscheinlich. Ich glaube auch. Ich glaube tatsächlich, ich bin schon ein bisschen alterssteif und deswegen bin ich nicht so weit in die Knie gegangen. Ah, okay. Dann hat er wahrscheinlich noch mehr an den Kabel gezogen. Okay. Aber das ist ja das einzige Spiel, wo man sich wirklich ducken und springen und zur Seite bewegen musste, ne? Von denen... Genau, das war das große Aufwärmespiel. Alle anderen waren da ein bisschen entspannter, was es ehrlich gesagt auch in der Bedienung etwas leichter gemacht hat. Vielleicht auch ein bisschen einsteigerfreundlicher. Ich sag mal, ich weiß nicht, wie es für euch war, aber für mich war es jetzt, glaube ich, das zweite Mal erst überhaupt mit dem VR-Headset. Da war das noch ein bisschen lustig, sich daran zu gewöhnen, dass man nicht sieht, wo man sich da im Raum befindet. Das hat da schon geholfen, dass man nicht gleich überall rumspringen musste. Klar. Und leider habe ich keine Videoaufnahmen von uns bei dem Spiel. Das wäre ziemlich cool gewesen, ja. Ja, das hatte ich tatsächlich auch im Nachhinein gedacht. Das wäre eigentlich... Ist es eigentlich schade, dass wir nicht ein Auge frei hatten, um mal zu sehen, wie an die anderen lustig rum... Das wäre schon ganz gut gewesen. Naja, zumal... Also man muss ja auch ganz klar sagen, man ist ja konzentriert oder man sieht nur sich, ne? Also in anderen Spielen ist es ja so, dass man die Mitspieler auch sieht, weil es ja auch um den Team-Gedanken geht. Und das ist ja eigentlich eine Sache, die macht man nur für sich. Das heißt, man kriegt ja noch nicht mal in der virtuellen Welt mit, was die anderen machen. Ah ja, stimmt. Bei dem Spiel sieht man sich auch nicht. Genau. Jeder ist für sich. Und danach haben wir eben den Code-Clash gespielt. Das war auf einer Eisebene. Also es war alles, nicht weihnachtlich, winterlich, in der Schneewelt. Und wir waren auf so kleinen... Was war das denn? Nicht Bötchen? So laufende Türme, glaube ich, oder? Stege, oder? So Holzstege. So eine Hütte. Plateaus? Ne. Ja, so eine Holzhütte, die übers Eis geglitten ist. So würde ich das beschreiben. Genau, die man selber so ein bisschen mit dem Controller steuern konnte. Eben links, rechts, geradeaus und sowas. Langsam, weil es ist ja auf dem Eis. Und bewegt sich natürlich auch wie so eine Holzhütte, die auf dem Eis sich bewegt. Also jetzt nicht im Highspeed, sondern in echt. Und durfte dann auf Pinguine schießen. Nicht auf Pinguine schießen. Auf Pinguine, die etwas getragen haben, schießen. Mit Schneegugeln. So. Genau, mit Schneeballkanonen wohlgemerkt. Genau. Muss man ja sagen dazu, wenn es im Jump House steht. Ja, wie gesagt, ich fand tatsächlich das Spiel am Anfang so ein bisschen, das machte erst so den Eindruck, oh, das ist ja jetzt wirklich was für ganz kleine Kinder. Aber ich weiß nicht, zumindest ich selber habe mich da ziemlich reingesteigert irgendwann. Also das war schon ganz interessant, da gerade mit der Physik auch ein bisschen rumzuspielen. Und irgendwann wurde es auch ziemlich kompetitiv, wenn man sich da erst mal, sag ich mal, in so einer kleinen Schneeballschlacht begeben hat und dann festgestellt hat, dass man auch Deckung ausnutzen konnte etc. Also das Spiel hatte dann doch einige versteckte Mechaniken irgendwie, die man finden konnte. Also da hat der erste Eindruck echt getäuscht. Das habe ich gar nicht so erwartet tatsächlich. Ja, das steigt ganz niedlich an. Ja, man musste ja Münzen einsammeln und man konnte dann aber, wenn man auf die Mitspieler gezielt hat, die in die Münzen dann quasi auch wieder wegnehmen oder die Punkte sozusagen. Also genau, das hat so den Wettkampfcharakter irgendwie angeregt. Genau. Und in der Mitte war, ich habe da den Namen vergessen, ein... Ein Yeti. Ein Yeti. Aber der hatte doch einen bestimmten Namen, oder? Der hat uns auch beworfen hat die ganze Zeit. Der hieß nur Yeti. Echt? Der hieß nur Yeti, ne? Ich glaube auch. Da hieß dann irgendwie immer, der Yeti wird wütend oder so oder er zürnt. Ja, sowas, genau. Und er hat dann auch Schnee geworfen. Ich weiß nicht, ich habe da nicht hingeguckt, weil ich auf die Pinguine geschossen habe. Aber was hat der denn geworfen? Der hat auch irgendwie, waren das Eis, irgendwas, so ein Eisstrahl oder sowas? Ja, ich bin mir da nicht sicher. Zwischendurch gab es auch mal so ein Eisstrahl. Aber ich meine, der Yeti hätte einfach mit massiv vielen Schneebellen geworfen. Und das habe ich irgendwann gemerkt, wo es dann auf einmal auch irgendwie so einen komischen Visual-Effekt gab, wo meine Sicht so ein bisschen kaputt war. Das war gleich am Anfang in der ersten Runde. Ne, das war mal eine Kanone. Ach, du warst das. Okay. Auch. Aber ich glaube, der Yeti hat wirklich irgendwas noch hinzugefügt als Bedrohung. Aber was ist denn eigentlich passiert? Weil das habe ich immer nicht verstanden. Also wenn der Yeti eingetroffen hat, was ist dann passiert? Hat der einen Punkte weggenommen? Ich weiß nicht, die Stimme hat immer gesagt, man wurde gerade vom Yeti angepinkelt, habe ich immer gehört. Das habe ich aber nicht gehört. Doch, das hat er so oft gesagt. Und ich habe immer gesagt, iiih, über die Lautsprecher. Aber ich weiß nicht, ob das auch Punkte weggenommen hat. Jedenfalls war das einer der Bedrohungen vom großen Yeti. Aber ich fand, dafür, dass man sagt, so, den soll man treffen, der hat überhaupt keine Punkte eingebracht. Ach so. Ich habe einen Schuss, einen Punkt. Aber wenn du einen anderen Spieler triffst, zehn Punkte. Man sollte auch schießen auf den Yeti. Ja, genau. Der hat einen Punkt pro Schuss bekommen. Aber ich glaube, allein so eine Münze, die da irgendwie rumfliegt, bringt schon zehn. Also ich habe das Balancing da auch noch nicht ganz verstanden. Um ehrlich zu sein. Vielleicht war die Idee, dass wir eigentlich besser hätten treffen sollen, sodass da nicht die ganze Zeit irgendwo Münzen rumfliegen. Ich weiß es nicht. Aber wenn man den trifft, dann kam da ja so eine Anzeige mit einem Punkt. Ich glaube, mehr ist das dann nicht gewesen, oder? Ah, dann wusste ich nicht, wo die Anzeige war. Okay. Ja, da ist doch immer so ein Eins von dem Yeti weggeflogen. Ach so. Ich habe ja mal am Schluss dann geguckt, was die Gesamt... Man hat ab und zu gehört, welcher Farbe gerade gewinnt. Wir hatten am Anfang, glaube ich, unseren Namen nicht eingegeben. Das heißt, die hießen eben Player One, Player Two. Und in dem Spiel eben nach Farben. Dafür, dass der Yeti nur einen Punkt bringt pro Schuss, da hat ja, wenn man einen Spieler trifft, hat das Minus 10 gegeben für den Gegner. Oh, okay. Gut, dass ich nicht hingeguckt habe. Ja, da habe ich irgendwann nicht verstanden, was das überbringt, den Yeti anzuschießen. Jedenfalls haben wir danach noch das dritte Spiel. Also das Team hat uns diese drei Spiele empfohlen, damit man so ein bisschen reinkommt, wie ihr gesagt habt, von Schwierigkeitsgrad zu Vorerfahrungen mit VR. Und das letzte war eben Captain Cook. Na ja, das war ja, also ich sag mal, das erste war ja jeder für sich. Im zweiten war es eigentlich jeder gegen jeden. Und da war es das erste Mal halt auch so ein Team-Ding. Also dass man auch gemeinsam daran gearbeitet hat, quasi Bestellungen. Also es hat gespielt auf quasi einem Piratenschiff und wir vier waren Köche und es kamen dann halt immer die Kellner und wir mussten quasi die Gerichte, die die haben wollten, zubereiten. Und zusammenarbeiten mussten wir, weil nicht jeder alles hatte. Das heißt, wir mussten teilweise auch eine Tomate oder einen Salat oder sowas jemandem mal anders geben, damit derjenige auch weiterarbeiten konnte. Genau, war das meistens so zu zweit oder ging das auch zu dritt über? Ich dachte immer, man hätte so, nee, die Themen jeweils gegenüber, genau. Ja klar, also so quer, das ging glaube ich nicht, weiß ich nicht, habe ich gar nicht ausprobiert. Also ich habe, wenn ich was brauchte, habe ich immer nur... Doch, Kerl hat versucht, mir einen Salat zu werfen. Ja, also wenn ich was brauchte, habe ich eigentlich immer nur geschrien und dann ist das immer entweder von dir, Kostas, oder von Kerl gekommen, weil ihr ja direkt neben mir wart. Also warst du immer zum Winkel links und rechts der Mitarbeiter? Ja. Wie war es denn bei dir, Lorus, hattest du von mir was bekommen und von Kerl von deiner Seite aus? Ja, von dir, ne? Oder hat er dich ignoriert? So, in der ersten Runde, da musste ich mir gar nichts holen. Da hat das System irgendwas falsch gemacht, da hatte ich immer alles. Stimmt, das hat sich irgendwie auch verändert, ne? Weil am Anfang dachte ich auch, ich habe alles und dann später waren manche ja verschlossen. Ich glaube, am Anfang hat mir nur Fisch gefehlt, aber niemand wollte Fisch haben. In der zweiten Runde hat mir mehr gefehlt. Nee, in der zweiten oder der dritten, wir haben das ja mehrmals gespielt, weil es, glaube ich, von den dreien doch unser Favorit war, oder was würdet ihr sagen? Also, ich meine auf jeden Fall, ich hatte auch den Eindruck, dass es sehr lustig war, gerade wegen diesem kooperativen Aspekt, dass man, sag ich mal, eben auch irgendwie ein bisschen zusammenarbeiten musste. Und dadurch, dass das Spiel ja auch so ein bisschen, ich sag mal, glipzig ist, zumindest wenn man die Steuerung noch nicht perfekt kann, hat das natürlich diverse lustige Situationen erzeugt, dass man sich da irgendwie gegenseitig Kohle um die Ohren geworfen hat oder sonst was. Dementsprechend, also vom, ich sag mal, Spaßfaktor her, war es tatsächlich mein Lieblingsspiel. Ich weiß nicht, habt ihr da ein anderes Lieblingsspiel? Bei mir, glaube ich, würde es auch das sein. Ich mochte die anderen natürlich auch, aber das ist, glaube ich, das Beste von den dreien. Ja, also bei mir war es auch mein Favorit, ne? Also auch, weil man sich ja teilweise, also nicht nur Sachen geben musste, sondern zum Beispiel Schneidebrett musste man sich ja auch teilen. Das heißt, das ging zum Beispiel nicht gleichzeitig. Man musste halt schon drauf achten, was so die anderen machen, ne? Also, wäre schwierig gewesen, so komplett in die eigene Welt abzutauchen und da sein Ding zu machen und das fand ich schon ganz, ganz spaßig. Also, man hatte halt mehrere Anforderungen, fand ich, so auf mehreren Ebenen und nicht nur so ein Task wie Schneebälle schießen. Ja, genau. Man konnte sich nicht so in diese Tunnel-Vision reingehen. Ich fand, das war gerade bei diesem Pult-Clash tatsächlich so, dass man gerne mal so die ganze Zeit in eine Richtung geguckt hat und dann so sein eines Ding hatte. Da war jetzt Captain Cook tatsächlich so das komplette Gegenteil von, wo man im Grunde nicht nur auf einen Kellner, der was anfordert, gucken musste, sondern dann auch noch auf einen zweiten. Und im besten Fall, zum Beispiel bei dir, Caro, war das oft so, dass wir ja gegenseitig immer geguckt haben, okay, was braucht der? Von wegen, ich hab dir hier schon mal einen Salat geschnippelt oder sonst was. Dann schnell weg damit. Also, dementsprechend war das schon, ich würde fast sagen, es war eigentlich fast das stressigste Spiel von dem Ganzen. Einfach mit Tempo, ja. Ja, einfach weil man tatsächlich überall gleichzeitig sein musste. Also, ich glaube, das war ja auch so ein bisschen die Idee von dem Spiel, dass man tatsächlich so ein bisschen diesen Eindruck von einer stressigen Küche kriegt, wo im Grunde alles schnell fertig werden muss. Und ich glaube, das haben sie tatsächlich sehr gut geschafft mit dem Spiel. Die Action ist auf jeden Fall da. Ja, man kann sich das nicht wirklich leisten, sag ich mal, wenn man da auf einen ordentlich hohen Score kommen will, da jetzt einfach mal eine Rolle rumzustehen, sondern das fordert einen schon ganz schön, das Spiel. Ja, vor allem passiert das automatisch, weil theoretisch hätten wir ja keinen Verlust, wenn wir nichts machen. Es ist einfach nur Punkte sammeln. Man verliert nichts, es wird keinem was abgezogen, man bekommt keine Elektroschocks, sondern es ist einfach nur der Drang, die Bestellungen fertig zu kriegen. Das war bei den anderen Spielen ja aber auch so, ne? Also keine Elektroschocks. Bei diesem Groove-Dingens, da kann man ja nirgendwo was verlieren, bei diesem... Spielen, du kannst ja sowas gewinnen. Ah, dann hab ich's mit B-Saber verwechselt, weil wenn du da nicht die Beats triffst und die Richtungen schlägst, geht das Spiel vorbei. War das bei dem... Nee. Da gab's diesen Punkte-Multiplikator und wenn du da ein Ding jetzt nicht verwischst, ist der wieder auf eins. Dann müsste es wahrscheinlich eher, damit man den ganzen Song mitgroovt, jetzt bei den Groove-Guardians sind wir gerade. Ja, ansonsten, so drumherum, was sagt ihr dazu, zum Jump-House an sich und dem Team? Ja, also ich fand tatsächlich, das Team war tatsächlich sehr gut drauf. Die haben das ja kompetent umgesetzt und auch nochmal drauf geachtet, sag ich mal, ob das alles richtig sitzt, ob man das alles richtig bedient. Haben einen da auf jeden Fall nicht alleine gelassen. Was ich tatsächlich so ein bisschen kritisch fand war, dadurch, dass es jetzt natürlich komplett in dieser großen Halle drin stand, hat man natürlich... Gut, es war halt schon etwas später, dadurch nicht so extrem, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn man da zu einer, ich sag mal, Schlagzeit ist, dass das mit der Lautstärke drumherum durchaus ein bisschen ablenkend sein kann. Es ist nicht komplett immersiv. Man kann nie das Gefühl haben, man ist weg in dieser Welt, weil man hört draußen eben Kinder schreien, kreischen. Ja, also ich kann es ja auch nur vergleichen mit den VR-Escape-Geschichten, die wir schon gemacht haben. Da ist es ja wirklich so, dass man ja absolut abgeschottet ist und dadurch noch viel mehr auch in dieser Welt ist, weil man ja nur im Prinzip seine Mitspieler hört. Und das war jetzt ja auch dieses Verständigen untereinander, war natürlich, also es kam zwar Ton durch die Kopfhörer. Aber leise. Aber leise, genau, weiß ich auch nicht, ob das an der Einstellung liegt oder so. Und genau das, was du sagst, Kjell, also wir hatten ja Glück, wir waren um, wann waren wir da? 18 plus. Ja, da war halt nicht mehr viel los. Ich glaube wirklich, wenn es dann noch lauter ist, dann kann das natürlich noch herausfordernder sein, sich zu verständigen. Zumal es mir so geht. Ich weiß nicht, wie war denn das bei euch? Mir fällt es echt schwer, habe ich gemerkt, mit Leuten zu reden, wenn ich die nicht sehe. Beim VR-Escape-Hung ist es ja so, du siehst ja deinen Avatar zumindest. Also du siehst eine Person und da fiel es mir immer total leicht zu kommunizieren. Aber da war es so, ich hatte immer das Gefühl, ich schreie so in den Raum rein, weil ich ja gar nicht genau weiß, wo der andere ist. Ich fand es tatsächlich nicht ganz so schwer. Okay, ich sag mal, ich bin es jetzt auch ein bisschen gewöhnt, einfach dadurch, dass man natürlich auch so schon mit Leuten über den Computer redet, so und so weiter. Aber es ist, also machen wir gerade hier auch. Aber es war dadurch was anderes, dass man sich dabei quasi, also wir sitzen ja hier im Grunde relativ entspannt vor unserem Computer und reden einfach so ein bisschen ins Mikrofon. Das ist tatsächlich dadurch ein bisschen was, dass man dazu neigt, auch einfach, sag ich mal, sich sehr stark ja auch in der Stimme zu betätigen, auch ein bisschen lauter zu werden, weil man einerseits die Leute relativ leise hört, andererseits ein bisschen diesen Lärm darum hat. Und man anderer, sich halt auch die ganze Zeit irgendwie am Bewegen ist, irgendwas am Machen ist. Dadurch ist natürlich der Fokus da nicht drauf. Also ich hatte da nicht so das extreme Problem mit, aber ich glaube schon, dass es durchaus, also es war nicht ganz entspanntes Reden. Das würde ich aber sagen, hängt tatsächlich weniger mit dem VR an sich zusammen, als mehr mit der Atmosphäre, die wir eben schon beschrieben haben. Dass man halt, man hätte wahrscheinlich einfach die Kopfhörer ein bisschen weiter aufdrehen können, dann denke ich, wäre das kein Problem gewesen. Aber vor allen Dingen, die Avatare, die sahen ja alle gleich aus. Und da hat man teilweise gar nicht bemerkt, mit wem man geredet hat. Stimmt, das war das Problem. Wenn die irgendwas einzigartiges hätten, dass man weiß, oh, der mit der dicken Nase ist, wer auch immer, ja. Ich glaube, die waren auch gar nicht benannt in der Lobby, oder? Ja, nicht am Anfang. Wir haben ja später doch unseren Namen benutzt beim nochmal Captain Cook spielen. Genau, da frage ich mich nämlich gerade, standen die Namen bei Captain Cook über uns? Weil ich frage mich immer noch, woher wusste ich eigentlich, dass Caro rechts von mir ist? Beim letzten Spiel hat die Mitarbeiterin dann unseren Namen eingetippt. Ja, aber waren die dann über den Köpfen, oder? Die waren durchnummeriert. Nee, am Schluss, bei den Punkten standen die Namen aufgelistet. Nicht beim Spielen, glaube ich. Ja, genau. Du wusstest halt, weil ich ja auch da vor Ort neben dir gestanden habe, wusstest du, dass ich neben dir bin. Ach ja, genau. Also das ist schon natürlich die gleiche Anordnung. Also das hilft. Ich glaube, sonst wäre es maximal verwirrend. Oh, ich glaube, das wäre aber auch nochmal lustig gewesen, das vielleicht mal als Erfahrung mitzunehmen, wenn tatsächlich das sich immer ändern würde. Das würde einen tatsächlich, glaube ich, ein bisschen im Kopf verwirren, sag ich mal. Aber ich glaube, es wäre tatsächlich keine schlechte Erfahrung, das mal zu machen. Also wenn wir nochmal irgendwie, keine Ahnung, das andere HoloGate ausprobieren oder so, kann man ja mal fragen, ob die da die Möglichkeit zu haben. Keine Ahnung, mal eben Stecker tauschen oder so. Also das wäre, glaube ich, allein, um zu gucken, was es mit dem Kopf macht, mal ein ganz interessantes Experiment. Aber wir hatten Spaß. Ja, absolut. Empfehlenswert. Was sagt das Team? Aber so die Spielauswahl hätte besser sein können. Größer. Nicht besser, sondern größer, weil wir haben ja am Anfang mitbekommen, weil das Hauptpublikum ja eben ganz, ganz junge Kids sind, dass manche Spiele da gar nicht angeboten werden können. Also sogar Spiele, die, ich sag mal so, ab zwölf sind. Oder was hat er gesagt? Ghostbusters zum Beispiel. Was ich unbedingt testen wollte, wird da nicht gespielt, obwohl es ja auch für Kids ist, also ein bisschen ältere Kids. Aber dadurch, dass das Spiel auf den Screens über der HoloGate zu sehen ist, dürfen sie manche Sachen wohl oder wollen sie nicht abspielen, zeigen. Das fand ich schade. Aber nur das. Ich kann dir dann zustimmen. Ich muss tatsächlich sagen, ich hab mir am Anfang auch so ein bisschen gedacht, oh, ob das jetzt so zweckmäßig wird, sag ich mal. Man kannte die Spiele ja auch nicht. Ich hab's eben auch schon bei Cold Clash, also bei diesem Schneeballspiel, gemeint. Von wegen, das wirkt im ersten Mal wirklich so ein bisschen wie ein etwas simples, kindisches Spiel. Aber man muss tatsächlich sagen, je mehr man auch so vergisst, dass man eigentlich gerade gar nicht in diesem Spiel ist, weil man sich da doch immer mehr drauf einlässt, trotz der Umstände, die wir eben besprochen haben, hat's tatsächlich irgendwann auch richtig angefangen, Spaß zu machen, auch wenn's ein bisschen simpler war. Also das ist irgendwie eine ganz komische Art der Faszination, die das ein und mir ausgelöst hat. Dass tatsächlich, ja auch mit solchen simpleren Spielen man tatsächlich irgendwie richtig anfangen kann, da Probleme zu haben oder sich irgendwie behelfen zu müssen. Also das, ja, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und wie gesagt, in dem Moment, als wir angefangen haben, eigentlich relativ unerwartet für mich. Also ich könnte es nur empfehlen, tatsächlich, das mal auszuprobieren. Also Daumen hoch von uns. Ja, also ich würde auch tatsächlich sagen, wirklich, auch wenn es so ein bisschen, ja, ich sag mal, unmutet, als wenn es für Kinder gemacht ist, ne, also ein Cold Clash, muss man ja auch sagen, diese Pinguine und so, das war ja alles sehr niedlich. So, ne, also man könnte sich ja jetzt auch irgendwie was anderes vorstellen bei Schneeballschlacht und so. Aber das war, finde ich, schon so gemacht. Und ich habe das tatsächlich auch mal vor fünf Jahren gespielt. Im Kristallpalast war ja mal eine VR-Arena. Hologate, genau, genau. Ja, genau. Die hatten ja auch ein VR-Escape-Room und ich habe das damals mit meinem Team gemacht. Da war mein Team noch sehr klein, aber sehr divers. Also meine älteste Mitarbeiterin war schon Ende 50 und meine jüngste noch nicht mal 20. Und das fand ich halt auch ganz spannend, dass man das auch in so einem Team gut machen kann, obwohl natürlich die Erfahrungen ganz anders sind. Und ja, aber die älteste Kollegin, die hatte sowas auch noch gar nicht gemacht, noch nie in ihrem Leben. So, und es hat halt trotzdem total gut geklappt, weil man das dann irgendwie als Team auch dann so gemacht hat. Also ich würde es halt auch für solche Sachen total empfehlen. So, also es ist einfach lustig. Und man muss eigentlich gar nicht jetzt so erfahren sein. Nee, nee, nee. Erstens erklären es den Mitarbeiter, super. Man möchte immer gewinnen. Ja, das auch. Ja. Okay, dann haben wir es doch für heute, oder? Was ist mein Deal? Haben wir was vergessen? Ja, also mich würde tatsächlich noch interessieren, ich war ja vorher noch nie im Jump House. War einer von euch schon mal vorher da und hat das Jump House an sich ausprobiert? Ja, also wie gesagt, ich war tatsächlich einmal in meinem Leben im Jump House, sogar in genau dem, wo wir jetzt hier waren, also beim Space Park, beziehungsweise in der Waterfront in Bremen. Space Park. Ja, hast du ja mich tatsächlich korrigiert, dass das nicht das ganze Ding war, sondern nur da hinten der Bereich, wo jetzt das Jump House ist. Der Hammerhals, ja. Ja, aber gut, da wollten wir gar nicht drauf hinaus, sondern aufs Jump House. Also einmal war ich da tatsächlich drin, ist schon ein paar Jahre her. Das ist auch ganz lustig, sage ich mal, weil es eben nicht einfach nur Trampoline sind, sondern die eben, eine Sache haben wir gesehen, direkt über unseren Köpfen ist ja quasi so eine Zipline langgegangen, so ein Parcours-Park. Und die haben auch so ein paar, ja, mit Schwingelementen und verschiedenen anderen, sage ich mal, Stationen, wo man sich etwas verbiegen muss oder schon ein bisschen sich überlegen muss, wie man da rangeht. Wie gesagt, mit verschiedenen Parcouren. Also das ist durchaus eine vielfältige Sache und nicht einfach nur ein großes Trampolin, auf das man sich jetzt raufschmeißt mit 100 Leuten. Also ist schon ganz witzig, aber ich sage mal, man muss, es ist auf jeden Fall nicht so entspannt wie das, was wir gemacht haben. Also ich glaube, das ist da tatsächlich dann vielleicht auch eine gar nicht so schlechte Kombination. Okay, der Schweiß könnte ein bisschen problematisch sein, aber tatsächlich nicht zu sagen, okay, wir kombinieren den Sportteil, sage ich mal, mit dann noch mal ein bisschen VR, wenn man vielleicht sich noch mal wieder ein bisschen abkühlt oder so. Deswegen ist das eigentlich eine ganz interessante Kiste, dass man beides zusammen an einer Stelle hat. Das sind ja irgendwie über 100 Trampoline in der riesigen Halle, wo man eben Turnen und Akrobatik eben ausprobieren kann. Und was ich witzig finde, ist da kann man nämlich Trampolin, Basketball und Völkerball spielen. Hat das jemand gemacht von euch? Das habe ich tatsächlich verpasst, muss ich sagen. Da kann ich tatsächlich gar nicht viel zu sagen. Das wäre aber vielleicht mal was, was man immer auf die Liste setzen könnte, oder? Ah, jetzt für uns hier. Ja, könnte man ausprobieren. Ja, oder? Also ich finde, wenn wir da schon mal irgendwie jetzt drüber nachdenken, das wäre irgendwie auch mal ganz witzig. Wir können da ja ein Familien-Event draus machen, ne? Wir können ja das Geheimnis lüften, dass wir so ein bisschen miteinander verwandt sind. Insofern können wir den Kreis dann ja größer machen. Oh, Völkerball-Schiffler-Style, das wäre witzig. Ich habe das eben gedacht, als du gesagt hattest, deine ältere Kollegin da und so. Eigentlich fehlt uns das ja hier noch, ne? Jemand, der da so einen ganz anderen Blick drauf hat. Also eigentlich müssten wir mal irgendwie, keine Ahnung, Großeltern einladen oder so. Danke, du netter Typ, danke. Dass wir eher in deine Richtung gehen, als in die Richtung deiner Großeltern. Naja, komm, also... Ist ja auch so. Nee, nee, ich habe es ja auch positiv aufgenommen. Okay, okay. Ich habe es nur betont. Aber die Zipline, wollte ich sagen, die fand ich erst mal ganz witzig, aber wenn ich hier liese, dass die neun Meter hoch war, puh, ganz schön hoch, oder? Ich glaube, die ist gewichtsbeschränkt. Das heißt? Ah. Und altersbeschränkt. Weil als wir da waren, da weiß ich noch, da durfte ich noch nicht drauf, weil da war ich nicht groß genug für. Ach, noch nicht? Ich dachte, du warst schon zu drüber. Nein, nein, und jetzt? Und ich glaube, das gibt auch ein Maximalgewicht dafür. Also, ich glaube, da kann man nur so, ich sage mal, zwischen 12 und 15 hin. Ach, echt? Kilo? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Aber ich glaube, irgendwann ist das Gewicht da überlastet. Ja, ja, ich meine, das Mädel, was über uns geflogen ist, war ja auch sehr, sehr klein und sehr dünn. Ja, aber ich weiß noch so, als ich da war, ich glaube, mit 12, da durfte ich da noch nicht drauf. Noch nicht? Okay, wow. Nein. Wobei ich da tatsächlich, glaube ich, widersprechen muss. Oh. Ich meine, als ich da war, da war ich, glaube ich, mit meinem Bruder, wenn ich mich recht erinnere, mit meinem Vater da. Und ich meine, mein Vater konnte da auch noch entlangsippen. Also, ich glaube, Maximalgewicht gibt es da tatsächlich nicht. Du kannst nicht wissen, was dein Vater war? Könnte das auch nicht gewesen sein? Wer hat da bezahlt? Ich weiß, wir waren da mit meinem Onkel. Ich weiß aber nicht, ob mein Vater da war. Deswegen war ich mir da unsicher. Aber ich selber bin damals tatsächlich aus so einem Grund, glaube ich, gar nicht auf diese Zip-Line hoch. Ich kann es euch aber nicht mehr erklären, warum. Vielleicht war ich einfach zu feige. Ich weiß es nicht. Du warst genauso hoch wie die Linen, deswegen. Ja, das ist tatsächlich so ein Problem mit diesen Lines. Also, wenn ihr zu groß seid, muss man tatsächlich aufpassen, dass man am Ende nicht mit den Knien an der Plattform hängen bleibt, auf der man landen soll. Okay, okay. Das passiert durchaus mal. Also, die großen Leute werden es kennen. Genau, da hat es dann durchaus Vorteile, ein bisschen kleiner zu sein, dass man da entsprechend durchkommt. Nee, aber ich meine, wie gesagt, ich meine, da gibt es tatsächlich, also, die Beschränkung dürfte nicht irgendwo bei 90 Kilo oder so liegen. Also, ich meine, wenn wir das jetzt probieren würden, wir würden da schon noch drauf kommen. Am Boden langschrauben. Genau. Aber um vielleicht nochmal wieder diesen Boden, diesen Bogen zu schlagen, zum eigentlichen Thema des Holo-Gates, beziehungsweise des VRs. Okay. Es war ja schon ordentlich was um uns los, wo wir eben das Thema angesprochen haben, mit dem, dass schon Leute da entlang sind. So wirklich mitbekommen hat man das irgendwann, nicht mehr wirklich. Wir haben es eben so kritisiert, aber wirklich nach ein, zwei Runden war das auch dann doch irgendwie weg. Das wollte ich gerade nochmal ansprechen, weil wir es vorhin nicht ganz zu Ende geführt hatten. Und deswegen, ich halte diese Kombination von, wie gesagt, einerseits digitalem, andererseits wirklich was sportlichem, finde ich tatsächlich schon sehr interessant. Das sieht man ja sonst auch eigentlich nicht. Also, eigentlich müsste man das mal, ja, müsste man den anderen Teil davon auch nochmal angehen. Also, vor allem die Ninja-Parcours, die da angeboten werden. Habt ihr die mal probiert? Die können wir ausprobieren. Dieses Haus, meinst du? Ich glaube, das Ninja-Parcours, das war doch dieses Schwarze irgendwas. Ja? Ja. Okay. Puh. Da würde ich mich gerne mal sehen, ne? Ob du da reinpasst. Ja, das spricht mich sehr an, ja. Wir waren ja letztens im Phantasialand, da sind wir auch in so einem komischen Ding gelandet, wo wir nicht richtig mehr raus konnten. Ja. Das war echt witzig. Das war, wie hießen das? Adventure-Trail. Ja. Und es war halt, nein, ich dachte halt, man geht da so durch und mir ist schon klar, da sind ja meistens dann so so Sachen, die so ein bisschen wackelig sind, wo man so, wie so ein Funhaus oder so, ne? Mhm. Aber was wir nicht wussten, am Ende musste man durch so eine enge Röhre, also es gab eigentlich keinen Ausgang, man musste durch diese Röhre rausrutschen und alleine sich in diese Röhre rein zu befördern. Ich glaube, Kiel, das wäre für dich auch Spaß gewesen. Oh ja, oh ja. Musste man ganz in diese Röhre rein? Ja, man musste sich selber falten, um in den Raum zu kommen, wo diese Röhre ist. Ja. Oh, okay. Ich glaube, das würde allein mit der Beinlänge nicht gehen. Da würde dann was irgendwie in der Decke stecken. Ich weiß es nicht. Man muss sich komplett platt machen und dann sich reinziehen, wie so eine Schlange. Also ich habe es so rückwärts irgendwie hingekriegt, da war ich drin, ja. Ja, okay, das sollte aber noch gehen. Das sollte aber noch gehen. Ja, ja, also das wäre alles gegangen, aber wir waren sehr überrascht, dass es keine andere Möglichkeit gibt irgendwie. Also zum Beispiel, es gibt im Phantasialand auch dieses Haustatüff, wo man eben, also das ist so ein richtiges Pfannhaus und da ist es immer so parallel, wenn man nicht rutschen will oder irgendwo nicht hochklettern will, gibt es immer einen anderen Weg, den man gehen kann. Und damit hätte ich jetzt auch gerechnet. Ich meine, wahrscheinlich hätten wir zur Not irgendeinen Notausgang oder so gefunden, aber so offiziell gab es keinen Weg. Ihr hättet auch nicht zurückgehen können, oder? Ja, aber das war ein langer Weg. Ja, und uns wären ja ständig Leute entgegengekommen und da waren auch so schmale Brücken und so, also ich glaube, das wäre uncool gewesen. Hm, nee. Ja, da hätte man dann irgendwie Bärenkostüme oder so dabei haben müssen. Nee, oder die Leute hätten sich merken sollen, das ist ja der Typ, der vorhin schon Panik bekommen hat. Macht Platz. Bei mir. Das ist doch der Typ, der bei der Kinderbahn kreischend rausgelaufen ist. Oh nein, der ist hier vor uns. Das musst du erklären, das verstehen Sie ja nun. Es gibt ja diese zwei mega neuen Bahnen im Phantasialand. Die eine ist richtig, ich sag mal, wie nennt sich das? Aufregend, gefährlich und die andere ist die Kiddie-Version davon. Und in der Kiddie-Version habe ich Panik bekommen und bin ausgestiegen. Also der Mitarbeiter musste nochmal alles aufklappen, damit ich... Moment, du bist mit beiden gefahren, oder was? Nee, 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 nee. Ich habe ja die Kinder... Also die simplere Version genommen, damit das Gefühl in der gleichen... Das ist so eine Art... Ist das so eine Wikinger-Welt oder eine... Wie nennt sich das? Also ich würde sagen, das ist eine Fantasiewelt, ehrlich gesagt. Klar, aber Richtung eben Wikinger und Herr der Ringe nicht so sehr. Aber so ein nordisches, mythologisches Ding. Ja, genau. Und es gibt hier eine, die wirklich wild ist, die Bahn, und im gleichen Areal gibt es eine kleinere Bahn, die ein bisschen rückwärts fährt, hochfährt, und die habe ich schon mal gemacht, aber diesmal hat mich irgendwie die Panik gepackt. Also falls ihr jemals da einsteigt, könnt ihr gerne an mich denken. Ich dachte da, die fahren dich dann bis zum nächsten Checkpoint, bis die dich rauslassen. Oder haben die dich da direkt... Nee, direkt, weil ich am Anfang schon gesagt habe, bitte das Ding hier... Vor Start, vor Start. Vor Start, vor Start. Ja, genau. Bevor wir losgefahren sind, hat er gesagt, halt, halt, halt. Ich möchte aussteigen. Aber ich fand das total cool. Also der hat echt smart reagiert und hat das dann auch sofort gemacht, ohne einen Kommentar oder so. Also das fand ich echt tatsächlich auch ganz cool. Es gab auch keinen Applaus oder so. Aber hattest du Angst vor der Strecke oder hattest du Angst vor den Kindern? Das ist doch die eigene Frage. Nee, nee, nee. Es war... Keine Ahnung, was es war. Es war einfach nur dieses... Diese Dinger, die einen festhalten. Ich hatte keine Griffe. Ich hatte nur dieses Ding vor mir, was mich einsperrt. Und ich hatte das Gefühl, das ist das Gleiche, was ich habe, bewegt. Und ich habe keins, was an dem Sitz dran ist. Irgendwie war eine komische Kurzschlussreaktion in meinem Überlebensinstinkt. Also nur so ein Bügel quasi, der einmal rüber geht. Ja, genau. Ein beweglicher Bügel. Und der hielt mich komplett fest. Und das hatte bei mir irgendwas ausgelöst. Genau. Naja, und ich glaube, es lag auch daran, wir waren relativ weit hinten. Also ich glaube, wir wären sogar eigentlich ganz hinten gewesen und haben uns dann aber einfach in die Schlange der Vorheiten gereiht. Und es ist halt so, die Bahn, die wird halt rückwärts hochgezogen und dann quasi losgelassen. Ganz steil, genau. Damit die eben Tempo aufbaut. Und je weiter du hinten bist, desto höher wirst du natürlich nach hinten hochgezogen. Und der Boden sieht weiter weg. Ja, genau. Und ich hatte so das Gefühl, dass das auch wahrscheinlich irgendwie nicht so richtig das war, worauf du in dem Moment Bock hattest. Auch. Ja. Aber ich kann euch die nur empfehlen. Die heißt Raik. Und wenn ihr in Phantasialine seid, die macht total Spaß. Also macht das. Lasst euch jetzt nicht abschotten. Ach so, da gerade die Frage. Aber du bist dann doch noch mitgefahren, oder wie? Oder sagst du das jetzt einfach mal so um uns quasi so als Risikotester? Wir waren da schon mal drin. Nein, wir waren da schon mal drin. Wir waren da schon mal drin. Das ist ein Thema. Genau. Dazu gibt es mehr in der Phantasialand-Episode. Nicht hier. Ja, genau. Könnt ihr nochmal reinhören. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich aber auch. Oder gibt es noch was zum Jump House, was ihr erwähnen wollt? Oder zum Hologate? Nur, wenn wir das Ninja-Parcours machen, machen wir eine Video-Episode draus. Ja, je mehr Likes wir bekommen und positives Feedback, desto eher machen wir das. Genau. Und das Völkerball-Trampolin-Spiel. Das ist, glaube ich, auch Hammer. Ja. Das wäre echt cool. Okay. Ja, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Also ihr dabei warnt jetzt. Vielen Dank. Sehr gerne. Wenn wir nicht zu sehr geflamed werden, auch gerne wieder. Genau. Geflamed. Hier wird keiner geflamed. Das denkst du. Nur weil die bei Spotify keine Kommentare haben. Genau. Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Genau. Genau das. Dann euch einen schönen Abend noch. Und unseren Zuhörern auch. Ciao. Tschüss. Alles weitere zum Jump House findet ihr unter jumphouse.de. Dort könnt ihr auch Hologate-Tickets bestellen. Kann man direkt über die Jump-Tickets dazu buchen. Es gibt einen vergünstigten Online-Preis oder auch vor Ort an der Tageskasse. Außerdem gibt es verschiedene Geburtstags-Jump-Pakete für einen unvergesslichen Kindergeburtstag und das Cool-Jump für den ultimativen Schulausflug. Und ganz wichtig, es gibt noch den Mini-Jump. Das ist für ganz kleine Jumper von zwei bis sechs Jahren, die exklusiv morgens in Ruhe jumpen können vor Eröffnung des Ladens und an Wochenenden. Außerdem gibt es sogar Ferien-Camps oder verschiedene Trampolin-Kurse, um seine Skills zu verfeinern und eben auch neue Freunde zu treffen. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.